Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Far Cry 6, dem Zwischen-den-Welten-DLC und ja. Dann wollen wir mal. Das wird lustig. Ah ja. Steh mal auf. Eintrag 3.094. Menschliche Lebensform wiederhergestellt. Scheint nicht aus Fehlern zu lernen. Prostretung. Okay. Warte mal. Ich bin nicht gestorben, ich hab das Spiel nur ausgemacht. Weil wegen Schneiden und so, ne? Der Boden ist so verlockend. Ich weh überall auf meinem Körper. Hey. Hey. Na dann mach du mal. Solange du dich nicht ablenken lässt, während ich unterwegs bin. Schwein. 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 Ein schöner Mane. Für eine schöne Spezies. Okay. Ich bin der Mane. So, wir werden wieder einen ähnlichen Weg gehen wie beim letzten Mal oder fast den gleichen, weil, ähm, ich will mir den zweiten Dings da holen will. Die zweite Scherbe. Nö. Ah, okay. Dann wollen wir mal. Folge immer deinem Mund, Dani. Äh, ich glaube, du meinst meinem Herzen. Der Nase. Ich weiß welchem Organ. Sei nur neugierig. Suche nach neuen Fahnen, wenn du nissen. Ich hasse Metaphern. Ja, ich auch. Ach, nun muss ich wieder... Ich hab wieder nur die Waffe, ne? Und schon bin ich wieder, äh, genervt. Durften wir die Waffen nicht mitnehmen? In den anderen DLCs? Jetzt hab ich schon wieder keinen Bock drauf. Das einzige, wo ich dann gedacht hab, okay, wenn ich die anderen Waffen hab, dann, äh, geht's. Aber... Nee. Ernsthaft? Du schattest ihren Händen nicht auf. Rutschen wir mal hier runter. Hier waren wir beim letzten Mal nicht. Aber das wird ja super. Ja. Flügt hier nicht zufällig irgendwas rum? Nein? Schade. Treffen kann sie auch nicht. Die aber schon. Oh, ist das nervig. Okay, hier geht's nicht weiter. So viel Spannung. Yay. Weil ich mein, ich bin ja nicht gestorben. Technisch. Ich hab halt nur den DLC ausgemacht. Muss ich den wirklich am Stück spielen? Nein. Die Antwort ist also nein. Okay. Sieht doch schon ganz gut aus. Sieht doch schon ganz gut aus. Perfekt. Perfekt. Gut. Das hätten wir. Ah ja. Ja, wenn du deine Waffen nicht wegschmeißen würdest, dann ja. Ja. Oh, hier ist nur. Oh nein. Das ist nur ein Wurfmesser. Okay, okay. Gott sei Dank. Leichtes MG, aber damit kann ich mindestens arbeiten. Darf ich mal gleich da hochgegangen? Wow, Dani, wir zwei in unseren Körpern. Wie wir Sachen machen. Ich glaube, wir machen sehr unterschiedliche Sachen. Ja. Genau, wo gehen wir als erstes hin? Ich glaube, wieder hier hin, ne? Hier durch das Dings. Dann kann ich nämlich, ähm, wieder hier lang, hier lang, hier lang. Und dann gehen wir, ne, äh, machen wir die Scherbe. Ne? Irgendwie wird er schon. Ich weiß ja zumindest schon mal, wo ich hin muss. Und wir haben jetzt ein MG. Was du nicht wieder wegschmeißt, Dani. Nee, wir waren schon mal hier. Aber Dani, jeder Geruch ist wunderbar, selbst die Verunreinigungen, die deinen Planeten zerstören. Glaub mir, das riecht nicht gut. Oh, schlechte Dinge riechen für euch schlecht. Eine mündliche Überlebensanpassung. Hier rät ich das aber wohl nicht. Danke für den Tipp. Links haben wir auch nicht mehr. Ja. Da war ja was. Wollt ihr euch nicht drüber unterhalten, dass... Okay. Oh! Was? Okay. Perfekt. Genau, was ich gebraucht habe. Ach Gottchen, ernsthaft? So, so kommen wir doch leichter hier durch. Das hat mich jetzt beim ersten Mal auch schon machen können. Geh mir nicht auf den Sack. Boah, der ist da oben, ne? Die kann mich denn nochmal hin. Ja. Stell dich nicht so an. Danke. Okay. Ja. Ja. Ah, Mensch! Man müsste auf einmal so nah dran, du Mistvieh. Das ist keine Munition. Danke. Oh. Danke schön. Ah, ja. Ah. 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 naja ich glaube wir müssen noch da lange ich habe abkürzung ist keine abkürzung wenn dann auch mensch ich kann schließlich rückwärts laufen ja ich weiß und dann wechselst du auf die waffe statt auf das ja natürlich schlossen ja ich weiß der schlüssel ist mir egal guck mal da liegt munition könnte man auch mal treffen wo denn ja dann zeig dich heine güte die matt macht das auch nicht besser hüpf 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 ach ihr könnt ja durchlaufen oder wie nixer ach lass mich doch mal nachladen wo denn hast du dich weggeduckt ja der strafschütze schon wieder ja ich gerade ausgeschaltet was denn scheiß ja sehe ich genauso ja 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 Schieß doch mal! Jetzt hol die Munition! Ah! Die nimmst du schon mit? Ah, da hinten! Ach, ich muss ja da lang! Ah, Munition! 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 Ich weiß! Ich hasse dich auch! Spiel! Könntest du auch mal bitte treffen, Dani? Könntest du mir laufen? Ja! Ja! Tschüssikowski! Meine Güte! Ah! Okay! Ah! Ah! Wissen wir! Hier! Ich liebe es, Rissen beim Zerfall zuzusehen! Ich auch! Ich rieche nicht viel, aber wie es aussieht, verhält sich das Licht hier irgendwie seltsam! Das behalte ich auf dem Weg zu den Portalen im Hinterkopf! Ja! Mach das mal! Stimmt, das war ja hier, ne? Das ist okay! Meine Begeisterung hält sich trotzdem in Grenzen! Ja! Danke! Danke! Danke schön! Ja! Ah ja! Ich muss hier runter, ne? Na ja, hier sind wenigstens keine Unsichtbaren! Das ist ja schon mal etwas! Das ist ja schon mal etwas! Ah ja! Das sah sehr gesund aus! Dankeschön! 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 cer running- Okay! Hm? ambiente..... Wo musste ich denn jetzt nochmal hin? Was musste ich denn nochmal machen? Ach. Ist gerade vorbeigelaufen, oder wie? Hm. Ah, ja. Hui. Oh, praktisch. Ja. Nein. Au. Kann ich da irgendwie wieder hoch? Ich dachte, ich bin rechtzeitig hoch. Dank gelaufen. Ah, ich muss jetzt hier lang, ne? Ah, okay. Ah, okay. Wenigstens etwas. Und... Spiel mir doch mal, Schadenschütze. Nein, lass das... Oh, Mensch, du Idiot. Lauf doch mal richtig los. Und Riff. Verdammte Axt. Ah, ja. Nehmen wir mal mit. So. Wie ist denn... Wie ist denn weiter? Ah, hier. Dankeschön. Wie's denn? Von... Sooo. Ok. Okay. Ah, ich muss hier runter. Ja. Falsche Waffe. Das ist die richtige... Versteck dich doch nicht. Hm, der hätte ich auch nehmen können. Gut. Hier war doch noch irgendwo einer. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ah, du lebst auch noch. Ah, da bist du. Okay. Dann interagieren wir mal. Ja. Okay. Okay. Hä? Hä? Ah. Probieren wir es so. Interagieren. Sag das doch. Ach, Mensch. Zieh doch mal die richtige Waffe. Wenn ich dich schon auf dem Shortcut lege. Ja. Ach. 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 Ja. Ach. 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 Okay, ähm Genau, da sind wir da langgegangen Aus Versehen natürlich Und dann können wir wieder hier den Dings machen Roadrunner Kacke, nicht gut Gar nicht gut Erzähl mir, wie es sich anfühlt, wenn der prasmatische Auspulser dich auf Molekularebene zerreißt Oder fliegt Okay Super Schieß doch mal Ah, okay Hat schon wieder die falsche Waffe in der Hand Das gibt's doch nicht Leck mich doch fett Ich hab da keine Zeit für Oh nein Nicht runtersehen Ruhe Jetzt will ich erst recht Erst recht was Runtersehen Weiß sowieso nicht, warum du die benutzt Wenn ich hier noch richtig Wenn du nicht richtig Weg von der Bastos, meinst Dann ja Wir gehen einfach mal bergab Wie wär's damit? Ja Hab ich doch Der war blau und ich hab mit blau geschossen Scheiß Dreck Ja Ah, das kann ich auch. Ja. Ich hasse sie. Ja, ich wollte auch eine andere... Ah, fickt euch doch ans Knie. Ich wollte ja auch eine andere Waffe ziehen, aber... Ist ja anscheinend egal, welche ich auf die Slots packe. Weil sie ja immer eine kleine Pistole ziehen muss. Eine kleine Mini-Pistole. Hä? Dankeschön. Ja. Warum musst du so auch da runterfallen? Alter, willst du mich verarschen? Wir waren so kurz vorm Ziel. Und sie so, nö. Na, und jetzt beeil dich mal mit dem Laden, damit wir da schnell durchkommen. Danke. Hier ist gut. Gar nicht gut. Erzähl mir, wie es sich anfühlt, wenn der prasmatische Auspulser dich auf Molekularebene zerreißt. Oder flieh. Hier muss ich vorsichtig. Was kann ich brauchen? Alles, was du bist mir scheißegal. Lass dich weg, Radian. Mit dem riesigen Ratzefummel. So. 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 Aufregend. Ich glaube, mir explodiert das Herz. Geht mir auch so. Scheiße. Ja. Ja. Oh, scheiße. Ja. 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 Okay. Hätte ich mir denken können. Nein, nein, nein. Hat sich ja gelohnt. Bewege mich doch schon. Ja, natürlich. Das letzte Mal hast du den Sprung noch hinbekommen. Wann hast du den diesmal nicht hinbekommen? Willst du mich verarschen? Meine Güte. So schwer ist das nicht. Das ist das letzte Mal, dass du diesen scheiß Parcours machen musst. Ah. Jetzt laden ein bisschen schneller. Ja. Jetzt pausiere ich kurz, weil ich werde den Part erstmal beenden. Machen wir gleich weiter. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Tschüss. 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 Musik 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 Musik